Einen wunderschönen guten Abend meine Lieben, mein Name ist G aus dem Crypto Café. Ich bin euer Crypto-Tainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen, definitiv keine Finanzberatung. So, wir haben eine sehr, sehr nervöse Bewegung im Markt, wie man sehen kann. Bei Bitcoin nicht wirklich so sichtlich, aber bei Ethereum, wir haben hier zum Beispiel eine 200-Punkte-Bewegung, das sind 7-8% innerhalb von 4 Stunden. Und daran sieht man einfach, dass der Markt noch sehr nervös ist. Und auch bei einigen der Altcoins, Phantom, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, minus 6% nach dem gestrigen fast minus 20%. Aber auch einiges, ja, so fast alles im Roten aktuell. Ich denke, das ist auch das Einpreisen der, einem, einem möglichen, ja, nicht so freudige Entscheidung. Ja, denn in Kürze, am 15. meine ich, gibt es ja von der Fed die Entscheidung, also in etwa einer Woche, wie das jetzt mit dieser Inflationsbekämpfung bzw. deren nächsten Schritte in der Geldpolitik ist. Und auch wenn vieles schon eingepreist ist, ja, insgesamt, sag ich mal, die Lage ist eben sehr instabil. Ja, momentan werden auch vermehrt das Wort Rezession wieder in den Mund genommen, sowohl von Medien als auch als große YouTuber. Und da ist einfach sehr viel Unsicherheit, Fad und Angst und da draußen unterwegs, was natürlich zu diesen sporadischen, größeren Bewegungen führt. Ja, ich bin weiterhin mit meinen Positionen, so wie beim letzten Yieldfarm ja auch dargestellt und, ja, warten wir einfach ab, dass ich, ne, bei sowas sage ich einfach, es schadet nicht, einfach mit Stablecoin auf der Seite zu stehen und einfach abzuwarten, wie der Markt sich letztendlich entscheidet. So, kommen wir zu den Nachrichten. Das Erste, ich habe jetzt extra keinen Tab dafür aufgemacht, das ist natürlich diese Phantom-Geschichte. Ich hatte heute Morgen ein kurzes Video dazu gemacht, wie meine Meinung dazu ist. Über den Tag habe ich mir auch nochmal diverse andere Stellungnahmen von, ja, von YouTube-Kanälen oder auch von Seiten, auch von zum Beispiel typischerweise The Defined, das ist zum Beispiel eines der sehr kritischen Kanäle, den ich auch persönlich sehr mag, seine Meinung dazu gehört. Und, ja, ich meine, das spielt letztendlich alles da drauf hinaus, ja, dass wir in der DeFi, obwohl wir sagen, wir sind ja Krypto in DeFi, ja, es soll selbstverständlich für jeden sein, dass wenn wir hier irgendwie handeln, irgendwo investieren, egal welche Produkte, dass wir selbst, ne, in erster Linie verantwortlich sind für unsere Entscheidung. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, diese alten Gewohnheiten, dass man von Narrative angelockt werden und entsprechend investieren, wo man eigentlich nicht machen sollten, ja, wenn wir Maschinen oder Roboter wären, ist einfach da, ja, wir sind einfach Menschen, wir sind nicht perfekt und ich habe selbst, ne, ne, jetzt im letzten halben Jahr zweimal Fehler gemacht, ja, einmal natürlich bei Daniela Sesta, wo ich gesagt habe, ja, das, sowohl der Mann als auch sein Produkt, ja, es sieht sehr interessant für mich aus, es ist ein Experiment, aber da bin ich bereit drin zu investieren, bin ich ja mit einem blauen Auge davon gekommen, ja, bevor das Ganze abgestürzt ist und, ähm, nur 30 oder 40 Prozent Verlust gemacht auf die kleine Position und jetzt eben bei André Cronje, ja, wo drauf eben viele spekuliert haben und der Hype sehr groß war für dieses Solidly-Projekt, wo ich auch eine ganze Reihe natürlich an, an Video und auch viel Zeit für die, äh, für die, das, das Kennenlernen, das Nachlesen und das Verstehen des Produktes, ne, investiert habe, das ist halt das Größte, ja, noch nicht mal das Geld, sondern die Zeit, ne, die man darin investiert hat, aber, ne, ich meine, auch wenn die Investition, sag ich mal, an der Stelle nicht so, äh, geglückt ist, wie gewollt, ja, das Ganze ist ja noch nicht zu Ende, der Zweite, das Zweite ist eben die Zeit, die man reingesteckt hat, ja, aus meiner Sicht ist nicht umsonst, denn ich habe vieles dazugelernt, ja, mich, ne, ich bin jetzt vertrauter mit diesen On-Channel-Analysen, ja, wie man mit dem Explorer umgeht und auch das Code lesen, ja, von Solidly, bin ich ein ganzes Stück jetzt weitergekommen und das ist immerhin, ja, ein Wehmutstropfen auf diesem Stein, aber für die Zukunft, ähm, für mich auch selbst, ja, habe ich, äh, lange nachgedacht, dass ich mein Investment insgesamt ein bisschen anpasse, ja, was das Yield-Farming angeht und, ähm, da werde ich in den nächsten Tagen ein größeres Yield-Farming-Update rausbringen, ja, was, äh, strategisch, ähm, mein Portfolio zukünftig beeinflussen wird, aber dass ich das generell in Zukunft mehr drauf achte, noch, äh, nicht in Narrative, nicht in Personen oder, ja, so, so, ne, Sachen, die, die noch nicht gelauncht sind, die noch nicht was wirklich erbracht haben, um zu investieren, ja, egal, wie groß ich die Aussicht sein mag. So, das ist die Lektion, kommen wir zu den Nachrichten, wir haben, ja, an der Ostgrenze, ne, immer noch das Gleiche wie vor ein paar Tagen und, ähm, ja, ich meine, ich habe auch ein paar News aus, aus China, ne, von meinem Vater wieder zugeschickt bekommen, wie dort drüben zum Beispiel aktuell die Lage aussieht, ja, oder wie das beurteilt wird in den Medien, das will ich nur für euch kurz zusammenfassen, zum Beispiel in den chinesischen Medien wird aktuell die Narrative verbreitet, dass Russland an der Stelle eigentlich gar nicht großartig vorhat, ja, in Ukraine Fuß zu fassen oder das Land vielleicht sogar zu besetzen, ja, das ist das, was da aktuell verkauft wird, sondern dass die Ukraine tatsächlich, äh, tatsächlich für Russland nur eine Art Bedrohung dargestellt hat, weil, ne, die NATO-Osterweiterung schon so weit ist, oder kurz davor ist und auch in Ukraine nach dem letzten Krieg, ne, ähm, dass die, äh, 2014 oder so, das war noch kein, noch nicht mal richtiger Krieg, dass die seitdem eben sehr stark weiterentwickelt sind, ja, und der, der, ähm, der, der Punkt ist für Russland, ne, das wird so verkauft, sag ich nicht, dass es richtig oder falsch ist, sondern, ne, einfach eine ganz andere Narrative ist, dass die Russland, die wollen in, in Ukraine die Infrastruktur, vor allem die militärische Infrastruktur so weit, äh, runtermühlen, ja, oder runtersäbeln, dass die auf jeden Fall, auf das nächste Jahrzehnte hinaus keinerlei Gefahr darstellt, selbst mitten in der NATO-Osterweiterung für Russland, für russische Grenze, ja, und wenn dort eben, äh, Putin irgendwann fertig ist, dass er einfach mit seinen Truppen wieder abziehen wird, aus welchem Grund auch immer, ja, und das war's dann, ne. Da könnt ihr sehen, ich meine, das ist was komplett anderes, als was man hier in den Medien liest, und, ähm, ja, da sollte man einfach ein, ähm, sag ich mal, ein bisschen open-minded reingehen. Was wir hier in diesem Artikel haben, ist tatsächlich über die Regierung von Ukraine, ne, die natürlich diese Masten an Spenden bekommen haben, und die gesagt haben, okay, wir haben hier ein Multisig, ja, die haben natürlich nicht gesagt, ne, welche Mitglieder der Regierung oder Beamten da drin beteiligt sind, aber das sind fünf Leute, die an dem Multisig, Multisig ist einfach wie ein Briefkasten, der hat fünf Schlösser und da müssen mindestens drei, in dem Fall von fünf, ne, Leute in ihren Schlüssel gleichzeitig reinstecken und umdrehen, so kann man sich das vorstellen, damit der Briefkasten geöffnet werden kann, ja, und in diesen Briefkasten sind halt die Spendengelder drin, die über Krypto reingelaufen sind, und die haben jetzt entschieden, ne, ähm, gemeinsam, dass mit dem Geld, ja, äh, Rüstungs, ne, äh, Gegenstände gekauft werden sollen, also ob das jetzt Abwehr oder Angriff oder was weiß ich, ja, ähm, an der Stelle, ja, kann man sagen, ist vielleicht falsch angewendet, aber das ist, ne, das ist Krypto, einmal, ne, hingeschickt, kannst du halt nicht darüber verfügen, sondern die haben eben die volle Macht, und, äh, ja, die werden schon sehen, dass die es richtig benutzen, kann man hoffen zumindest, ja, und, ähm, das Zweite ist natürlich, wollte ich euch darauf hinweisen, es ist, äh, wir sind immer noch sehr früh, ja, da seht ihr eine Menge, ne, und zwar, wir haben 60 Millionen an Kryptospenden, ne, ist dort angekommen in Ukraine, aber verglichen mit den traditionellen Spenden, wir haben, äh, circa 300 Millionen, ja, das ist fünffache an traditionelle Geldspenden, die dort, ähm, also von privaten, ne, Leute dort gespendet worden sind, und so kann man auch sehen, dass Krypto noch weit am Anfang ist, aber, ne, es hat schon eine gewisse Größe, ja, ich meine, ein Fünftel, ne, und, äh, vor allem, ich denke mal, von der, von der Schnelligkeit, Effizienz her ist es einfach nicht zu schlagen gegenüber Fiat, ja, ja, das ist, ähm, nicht schön, was da im Osten passiert, da kann man nur für beten, oder hoffen, dass es möglichst schnell vorbeigeht, ja, ohne wirklich viel Blut vergießen, aber, ja, leider wird es in der Regel nicht so kommen, wie man sich das erhofft, und, äh, ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben Coinbase, ja, hat, ähm, öffentlich bekannt gegeben, ne, ne, in den letzten Tagen hat ja Coinbase unter anderem auch neben Binance gesagt, dass sie nicht einfach in die Breite die Leute oder die Nutzer aus Ukraine oder Russland sperren werden. Ich meine, dass Coinbase dort sowieso nicht viel unterwegs ist, ja, da muss man auch bedenken, die sind natürlich dort in den USA die Nummer 1, aber in Russland eben fast gar nichts, ja, aber wenn die jetzt sagen, ne, die werden 25.000 russisch, oder russisch, äh, verknüpfte Accounts, ne, das müsste ja noch nicht mal ein russisch, ähm, Gebiet sein, sperren, ja, weil der Druck eben von der Regierung da ist, ne, eben die Sanktionen zu entsprechen, also ich meine, das ist halt, ne, warum ich sage, lasst euer Geld nicht auf den Exchanges, ja, das sind zentralisierte Instanzen, die müssen Gesetze folgen, die haben keine andere Wahl, ja, und wenn der Staat, egal ob das jetzt USA, Deutschland oder EU oder irgendwer sagt, ja, hier, ne, alle, die mit dem und dem zu tun haben, du weißt ja nicht, wie die im Hintergrund diese Evaluierung ausführen, ja, diese, ähm, alleged, also, ne, angeblich, äh, Verbindung zu, ne, um illegale Aktivitäten, ich meine, das ist so vage gefasst, ja, das heißt, die könnten an der Stelle einfach selbst bestimmen, welchen Accounts, ne, diese Verknüpfung, ne, ich meine, allein, dass ich darüber rede, könnte man schon da auffassen als, ja, der hat Verbindung dazu, ja, und, äh, deswegen, ne, not your keys, not your, äh, not your, äh, not your coins, ja, das heißt, es sind erst dann wirklich eure Coins, wenn ihr die auf der Chain habt, ja, und wenn ihr selbst über ein Wallet, also, ob das Mietermess oder Code Storage, äh, verfügt, ja, und, äh, die Wallet sichert, ja, es ist der letzte Schritt der Selbstverantwortung, ja, dass ihr tatsächlich Selbstverantwortung dafür trägt und nicht mehr die Exchanges, ihr könnt euch da nicht mehr auf irgendjemanden verlassen, sondern nur noch auf euch selbst, ja, und, äh, den kann ich aber nur empfehlen, ja, dass wenn man sich sowieso mit Krypto beschäftigt, dass man auch diesen Schritt macht, ne, sonst macht das nicht wirklich viel Sinn. So, wir haben, was in Deutschland, guck mal, Naga X, ja, ähm, ursprünglich Naga ist angeblich eine normale Trading-Plattform für, für Aktien, irgendwie, ne, traditionelle Finanzprodukte, aber die haben, darüber weiß ich noch, vor sechs oder acht Wochen, ähm, drüber berichtet, ja, über Naga irgendwas, müsste ich mal ein alte Video raussuchen, und jetzt sind die mittleren, soweit, ähm, weil tatsächlich soweit, dass die, äh, ab dem 7. März, ey, das ist heute, ne, ähm, launchen werden, ja, und zwar werden die anbieten, sowohl ein Krypto Wallet, also eine eigene Wallet in der App, als auch ein Exchange, ja, für 50 plus, ähm, Assets, ja, Bitcoin, Ethereum könnt ihr alle, so, die Pipapo Hauptdinger, ja, die es da gibt, ähm, ähm, ja, und dass die demnächst auch NFTs dazu nehmen werden, ne, ich meine, das ist ein extremer Wachstummarkt, ja, und da wäre ja blödsinnig Sinn, ne, sich sowas entgehen zu lassen, ja, äh, und ein paar Werbesprüchen, und hier und da noch, bin gespannt, ja, äh, wann, wann sich das Ding durchsetzt, oder zumindest, ja, nicht mehr, nicht mehr so, ne, Nische ist, sondern größer wird, ja, so, wir haben IMF, ne, normalerweise schimpfe ich immer über die IMF, ja, ihr wisst ja, im, im Falle zum Beispiel typischerweise bei El Salvador, ja, dass die IMF praktisch wie, wie der Goliath immer die Keule rausholt, ja, und sagt, oh, hört auf damit, hört auf, ja, und der IMF ist, nun, ne, wie bei, wie kann ich es vorstellen, bei Tom und Jerry, ja, oder wie heißt das, ich weiß gar nicht mehr, dieser Disney, wo dieser Koyote, ne, immer hinter diesem anderen Tier hinterherläuft, und das, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja, ähm, aber in diesem Fall, ich meine, kann man schon das, sag ich mal, ein bisschen in Betracht ziehen, ich habe heute auch ein paar anderen Sachen dazu gelesen, ja, zum Thema Wirtschaft, wie sich das, äh, dieser Krieg auf die gesamte Wirtschaft auswirken wird, ja, und die IMF warnte eben an der Stelle, dass das sehr schlimme Folgen haben wird für die globale Wirtschaft, ja, ich meine, man muss jetzt nicht so weit gehen, ne, und sagen, okay, alles, was die hier gesagt haben, ist richtig, aber, ne, man muss natürlich sehen, womit die recht haben, sind natürlich die Fakten, dass eben zum Beispiel die EU, was energietechnisch ist, sehr, sehr groß abhängig war von Russland, deswegen wurde zum Beispiel auch die zweite Pipeline gebaut, ne, und die jetzt gestoppt worden ist, und, ähm, und dass diese, diese Sanktionen, ne, die, die auf Russland eben ausgesprochen worden sind, ja, die Folgen, die sind ja noch gar nicht da, ja, nur momentan, was da ist, natürlich nur die Vorfolgen, kann man sagen, ja, diese, diese Ankündigung der Sanktion, halt, hat natürlich wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Börsen und so weiter, aber wie das inflationstechnisch sich auswirkt, natürlich auch, ne, Energieimporte, ja, ihr wisst ja, ja, in, in Westeuropa, wir sind eben auf die Energie von, von, eigentlich von da drüben angewiesen, von Öl, ne, Öl und Gas, und, ähm, langfristig gibt es sogar die, die, diese Prognosen, dass 200% Inflation, also Hyper-Hyperinflation in den nächsten Monaten kommen wird, ja, und zusätzlich eben noch zu diesen sowieso bestehenden, ähm, Supply Chain Problem, ne, das noch, noch erhöhen wird, ja. Wir werden sehen, ähm, es sind, es sind sehr, sehr schwer vorhersagbaren, ähm, Zeiten, die vor uns stehen und deswegen ist natürlich auch der Aktienmarkt sehr, sehr unruhig, ja, weswegen auch der, der Goldpreis, ne, ähm, viele fliehen ins Gold, ja, ich meine, macht nicht wirklich Sinn, ne, ich meine, wenn das tatsächlich schlimmer wird, als jeder erwartet, ja, was macht das für Sinn, wenn ihr auf eurem Konto oder auf euren, äh, ne, Wallet, nicht Wallet, aber bei der Bank oder so, ja, äh, Gold gekauft habt, ja, das sind ja nur Zahlen in euren Account, ja, ist ja nicht so, dass wenn, ne, wenn es so weit ausschwappt, dass ihr zur Bank gehen könnt und sagt, hey, ne, ich hab hier drei Zertifikate für Gold, gib mir bitte das Gold dafür, das werdet ihr niemals bekommen. Genauso ist es, äh, stumpf, sinnig, ja, draußen jetzt Gold zu kaufen, ja, für 2.000 Dollar pro Unzen, ja, und dann beim, im schlimmsten Fall, ne, wenn alles zusammenbricht, dass du mit einem Goldbarren über die Grenze läufst, ja, nach, nach, keine Ahnung, irgendwo hin und versuchst mit dem echten Gold irgendwelche Sachen einzukaufen, ja, ist genauso stupide, also, ja, muss man nicht unbedingt verstehen, aber, ne, es gibt genug Investoren, die sehen immer noch in Gold statt in Bitcoin eine, eine Lösung oder eine Hedge-Möglichkeit und, ja, da ist es halt, ne, ja, das ist Gold und IMF. Wir kommen zum CVS, eine wirklich unterhaltsame, ähm, Nachricht heute, ja, also für alle, die nicht wissen, CVS ist so, so ein bisschen wie, ja, ich meine, gibt es bei uns jetzt in Deutschland nicht wirklich eine große Apothekekette, ja, die, ja, die eben Medizin verkaufen in den USA, ja, und was die jetzt gemacht haben, die haben eine ganze Reihe an Patente angemeldet, ja, für, jetzt kommt, für Metaverse, also für online, für digitale Güter und darunter sind eben, ne, herunterladbaren oder virtuellen Güter und zwar Konsumgüter, ähm, äh, Arzneimittel, ja, verschreibungspflichtige Arzneimittel, ja, ähm, Gesundheit und Wellnessprodukte, Beautyprodukte und Personal Care, also Schminke, ne, äh, Dusch, Duschgel, Shampoo, Pipapo, ja, wie man alles nennen kann und das, und das alles, ja, für die Online-Welt, ne, also, wenn ihr in einem halben Jahr ins Online-Welt geht, ja, und euer Avatar ein bisschen Schminke braucht, ja, wisst ihr, wo nachher gucken, äh, googeln müsst, ja, nämlich CVS, oder wenn euer Avatar sich müde fühlt, ja, oder zu hip, ja, dann geht ihr zum CVS und holt euch da virtuelle Pillen, ne, davon wird definitiv euer Avatar sich besser fühlen, ja, ihr vielleicht euch nicht, aber, ne, ihr versteht, worauf ich hinaus will, macht definitiv viel Sinn, ich meine, kann nicht schaden, ja, dass man schon mal Penicillin, ähm, oder, äh, Ibuprofen, ja, auf, äh, mal, mal registriert, ja, in der Online-Welt, wer weiß, ne, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Nachricht, meiner Meinung nach, kommen wir zum nächsten, wir haben Virginia, ja, große, große Entscheidung, also, ist nicht groß, ne, Welt bewegen, aber, wir haben hier 39,0, ja, Abstimmung, äh, 39 für und 0 dagegen, ne, ähm, da kann man sehen, ja, dass in manchen Staaten zumindest, ähm, die, die Krypto-Fortschritte schon sehr weit sind, ja, wofür haben die 39,0 gestimmt, nämlich, dass, ähm, dort in, in dem, in dem County, Country, äh, in dem Bundesstaat, ja, die Banken mit der, ähm, mit dem Erlassen dieses Gesetzes in der Lage sein sollten, Kryptowährung im Namen der Kunden zu halten, ja, also kastodiell, oder, ähm, eben non-kastodiell, das heißt, der Kunde darf dann selbst eine, äh, Seed-Phrase halten, ja, aber die Dinger liegen dann trotzdem bei der Bank, die Bank bewahrt das für den Kunden auf, ist dann eben non-kastodiell, weil der Kunde hat ja den Schlüssel selbst, ja, ist so, so wie, wenn ihr ein Bankschließfach bei der Bank habt, ja, und ihr habt den Schlüssel dafür, die Bank selbst kann nicht da dran, aber bewahrt für euch die Coins auf, ja, macht auch nicht wirklich viel Sinn, denn, ja, das ist trotzdem eine Bank, ja, eine zentralisierte Einheit, aber gut, ich meine, wenn die es machen, ja, ihr wisst ja, ich bin der Meinung, dass 90% der Menschen letztendlich, wie auch heute, ja, immer, ähm, nicht, oder nicht wollen wirklich, ja, selbst die Verantwortung übernehmen und dann so weit wie möglich alles abgeben will, ja, damit andere für sie sorgen, für sie entscheiden und die Verantwortung tragen können, aber das kann definitiv, ähm, wenn es breiter passiert, in mehr Ländern, ja, und auch von den großen, größeren Ländern, das ist zu einer größeren Welle an Adaption, also auch an Krypto, Einkauf und so weiter, oder Legitimierung, Legitimität, höhere Legitimität von Krypto, ja, in der Allgemeinbefolgung führen wird, ne, wenn nämlich eben selbst die Banken das anbieten, ja, wir haben, ne, was ist das, ne, habe ich falsch geklickt, wir haben, hä, bin ich blöd, wo habe ich die Nachricht, oder war es das, das war es, ha, habe ich mich übernommen, ja, ich glaube, ich wollte einfach nochmal über Andelkron jetzt sprechen, aber, ja, habe ich ja vorhin weggenommen, das war es tatsächlich für heute, ja, größte News ist einfach das mit Phantom, ich glaube, das ist einfach sehr viel Psycho dabei und Fat und Angst und Panik und, äh, wir werden sehen, wohin die Reise geht, das war es von mir, ja, aus dem Köpto-Kaffee heute, denkt dran, Daumen hoch, Daumen runter, abonnieren, kommentieren, es werden wieder regelmäßige Nachrichten geben, jeden Tag von mir, ja, leider immer spät, weil ich einfach auch vom Arbeit aus nicht anders machen kann, ja, das war es von mir, tschau, tschau aus dem Köpto-Kaffee.